Kaum zu glauben, aber in diesem kleinen handlichen Kästchen steckt ein ausgewachsener HD-Camcorder. In brillanter Bildqualität zeichnet er alle wichtigen und witzigen Momente in Bild und Ton für die Zukunft auf. Später können Sie alle Filme und Bilder direkt von der Kamera auf Ihrem HD-TV-Gerät genießen. Selbstverständlich in voller HD-Bildqualität und mit Ton. Dazu schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte HDMI-Kabel direkt am Fernseher an. Fertig! Natürlich können Sie Ihre Kamera auch an jeden anderen Fernseher anschließen. Das passende Kabel dafür finden Sie ebenfalls im Lieferumfang. Neben der HDMI-Schnittstelle stehen ein Anschluss für das Netzgerät und eine Mini-USB-Schnittstelle zur Verfügung. Der Clou? Die passende Videoschnittsoftware ist schon auf der Kamera gespeichert. Darum können Sie die Filme einfach und schnell an jedem PC bearbeiten. Schneiden und verbessern Sie Ihre Videos mit ArcSoft Media Impression – ganz bequem und schnell. Fügen Sie Ihre Bilder oder Effekte dazu und publizieren Sie Ihr Werk mit einem Klick auf YouTube. Super praktisch! Der HD-Camcorder funktioniert mit handelsüblichen AA-Akkus. So können Sie bei Bedarf sogar auf normale Batterien zurückgreifen oder günstig zusätzliche Akkus für extra langen Filmspaß kaufen. Ebenfalls genial! Dank SD-Karten-Slot ist der Speicherplatz praktisch unbegrenzt erweiterbar. Das robuste, gummierte Kameragehäuse ist sogar Regen, Schnee, Sand und Schmutz abweisend. So kommen Sie mit Ihrer neuen Kamera ganz nah ans Geschehen, ohne Schäden befürchten zu müssen. Am besten bestellen Sie gleich jetzt!